ich war einmal ist ja richtig bescheuert da bisher am arsch der welt und dann hängen sie einen genau gegenüber irgendwo auf du kommst da nicht mehr hin die anderen gehen nicht in die der nähe sind das richtig ja das ist immer also das verstehe ich und klar wenn natürlich ein gen irgendwo auf 90 prozent hast verstehe ich dass du den erst mal durch boxen willst aber selbst dann also wenn bei mir irgendwo einer in der nähe aufhängt und ich merke okay da geht keiner hin wenn einer aufhängt also du weißt was ich meine was meinst du da ist so ein djinn hier und wir müssen zusammenhalten auch wenn der killer jetzt wahrscheinlich bin ich glaube der neue ich habe nicht jaja das war das geräusch von 9 ich war so panisch gerade ich habe nicht geguckt okay dann wird es wieder eine kacke wobei wie gesagt man man schon kann schon gegen ihn spielen ich nicht ich was ist hier ist einer am jam irgendwo bist du bei der in der nähe ja ich gucke noch mal ob er in meine richtung kommt oder geht er zu uns rüber wir sind so eine ecke hinten also ja er kommt zu uns hat ihn holen ich klatsch dir ich einfach auf dem boden und halte ich ja als ob der mich ach man ich hasse das mittlerweile gibt es auch keine mehr die scheiße spielen damit die meisten können damit spielen anfang war es ja so dass viele nicht mitspielen konnten wollte ich nicht so läuft jetzt in die völlig andere richtung das hatte für ein arsch ja genau erst hat sie so zu sich holt dann ist sie die ganze strecke wieder zurückgelaufen und sitze der ist zu der einzelnen gegangen aber die ihr seid zu zweit am jenner er ist zu der einzelnen sagt wie es na jetzt geht dazu zu mir wer zurück er kommt zurück aber da hinten sie sind weit weg da hinten wenn du das bist da hinten bist du auch noch ein bisschen unterwegs er ist hier auf der naja ist er nicht naja steht hier erwartet das ist ein camper eigentlich das kotzt mich schon wieder an naja jetzt geht er in die richtung er geht zu den anderen beiden ja keine ahnung jetzt kommt von da noch einer und will mich holen aber ich würde es wahrscheinlich nicht reicht noch kommen aber jetzt in die richtung ich habe nur mal eben ich habe den anfang vom heilkopf benutzt in der hoffnung dass ich mich nachher vielleicht einmal noch alleine damit teilen kann aber so bist du erst mal ein bisschen schneller geheilt hier wenn wir den da machen der sieht uns garantiert mit barbecues oder er kommt eh hierhin das ist jetzt der keller das ist so spannend ich muss mich an der nase platzen ich denke mal der antrag der wind da auch wieder warten weil er die im keller haben will er würde es auch im keller der hing aber noch nicht da muss man ein bisschen sich gerüben ja aber ich sehe die andere nicht die müsste eigentlich bei dem sein dann hinten die ist wahrscheinlich im schrank irgendwo zeig doch an dass er kämpft er hat den anderen genutzt er braucht dann gehe ich noch hin das schaffst du ja ich sehe die immer noch nicht die muss irgendwo da hinten bei dem sein ich kann sie nicht holen du kannst du nicht holen hier ist ein braunes mediköfferchen bei dem einen so ach du bist ein chase ja was denn jetzt ja ich hole ich bin jetzt auch da deswegen ich bin hier bei ihr direkt oben dran wo hier oben ist unsere tote auch mann wieso warum ich tauscht mich aus auf jeden fall hat sie geliehene zeit aber ich habe den schlag aber geht hinter ihr her laufer noch gegen den baum scheiße da wollte ich gerade hin nennen mehr so geht das ja jetzt lauf doch nicht weg doch da ist ein von ja ich versuche mich eben selbst wo bist du denn ja ich bin jetzt wieder weg ich bin jetzt eine halbe stunde hinterher gelaufen ich war an dem jet die ganze zeit gekommen nie warst du nicht und dann rennst du immer weiter weg ja aber ich weiß doch nicht wo du bist wo soll ich es war die ganze zeit hinter dir jetzt bin ich mich am heilen ich weiß nicht ob dann warst du hinter einer anderen hinterher also nicht hinterher gibt nur einen männlichen hier war es klappt nicht oder jetzt gerade hieß du zum djinn kann niemanden sehen das gefühl der blindheit drin aber ich kann euch ja sehen wenn ihr näher seid ich halte gerade die andere hier ist sehr spannend aber ich denke mal dass ihr ganz hinten in der ecke dann von mir aus sein wir sind dann schon ja wir sind an der außenwand hier ja ich bin nämlich auch hier direkt an der ecke dann müsstet ihr irgendwo richtung killer hütte sein ne ne die leute ist auf der anderen seite da war ich ja immer für den jen gemacht ja geil sie kommt wieder zurück mit ihm scheiße nicht dein ernst wenn man nach oben guckt und unten der skillcheck kommt die große scheiße bei dem ist ja dieser mini kleine terrorradius pass auf bewegt sich schon mal richtung tor ja direkt bei mir ist ein tor hier aber das sagte er da wurde rote bagger ist meist man tote weg weil ich glaube der hat also dann habe ich zwei todes gemacht 321 ja da war das da war das 0 totem wo du gerade doch im fummeln warst das war ein anderes jetzt bloß nicht mit dem nach hier kommen ich bin noch nicht offen das ist die andere jetzt die andere das machen auf 99 hier das andere tor ist hinter dem silo da kommt er mit sicherheit gleich hin ja jetzt 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 aufgemacht ich weiß jetzt nicht ach die ist tot ach so ich bin jetzt auch tot wie gesagt da wo der rote bagger ist ja ich bin auch tot ihr müsst nicht nehmen ich weiß nicht wo du bist ich sehe dich noch nicht doch da komm lauf 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 nein 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 scheiße ja ich wollte die kette zerstören hat doch fast geklappt aber sie ist noch rausgekommen ja aber im letzten moment ist sie so an mir vorbeigeschoben irgendwie da komme ich nicht mehr dazwischen es war so eine kurzschlussreaktion ich habe gedacht nein das ist das ist juli die kann ich jetzt nicht sterben oder der killer war ein twitscher glaube ich ja der killer war ein twitscher ok mein gott herzlich willkommen auf youtube mr twitscher oh gott party achso ob wir party hatten oder was also zu viert waren ja soll man schreiben nur zwei ja und die tue schreibe ich mal ich meine ist ja ne bundes vorbei wen interessiert das jetzt wahrscheinlich guckt er jetzt rein so nach dem motto ach die beiden aber wahrscheinlich denkt er eher so drei und vier waren zusammen so von euren leveln her oh stimmt du bist ja auch noch im kommen achso ja klar du liest ja vor oh ich bin gerade so ich bin rausgedeadet ja ich ja ich hab ich bin eigentlich auch blöd ne du sagst so schön jemand muss einen hit nehmen und ich lauf da schön dazwischen ich denke mir naja wenn der not hat bin ich ja im arsch aber der hätte ja auch einfach zielen können ne ja und mich zurückziehen habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht ich war gerade so wagemutig du musst mal stolz auf mich sein und danach bin ich dann noch bei der juli davor gesprungen ich bin jubel 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 Untertitelung des ZDF, 2020